Was ist jetzt? Jetzt habe ich wieder einen Stern. Scheiße, ich habe doch gar nichts gewonnen. Ich habe nur das Motorrad genommen. Warum ist es hier so viel, Polizei? Die sind noch übrig gewesen, die waren noch gar nicht weg. Ich habe drei Sterne. Was? Wie das denn? Nein, Polizisten-Gitarren. Ah, das ist schon lustig. Das mit dem Einkaufen wird irgendwie nichts, ne? Also nicht für mich. Nee. Och, komm, bleib doch nicht mittendrin im Weg stehen, ey. Schied mich doch nicht in den Rhein, meine Fresse. Jetzt reicht es mir. Ich habe es auch so gemeint. Die sind alle direkt hinter mir. Wer ist hinter dir? Du weißt, meine speziellen Freundinnen schwarz. Oh, boah, ich will doch da vorbei. Juhu. Jetzt bin ich gleich am Tunnel. Ah, okay. Jetzt habe ich den auch noch gestreift, aus Versehen. Verdammt. Wenn er so behindert fährt, ey. Ich hätte die so schön hinter mir gelassen. So, in Kurve, aber schnell. Okay. Du kannst immer schneller machen, du Arsch. Genau. Oh, scheiße, da lädt sich einer. So, ich hoffe, du schläfst heute Abend. Das ist geil. Schön. Da wird sich einer. Ja. Ist aber schon tot. Chill, motherfuckers. So, 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 so. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, das ist total geil. Das ist gut. Oh, shit, da kommt mir gerade einer entgegen, genau in dem Moment, wo ich sage, was für ein Scheiß. Das war jetzt hier die ganze Zeit keiner, nicht einer. Was für ein Scheiß. Schatz, verschwindet mal Sterne, danke. Was heißt hier Inbred, du Arsch. Boah. Ups. Ah, ich habe Bargeld, genau, dann kann ich mir jetzt eine Soda kaufen. Eine Soda. Was hast du gesagt? Nee, ich habe dich nicht verstanden, Kind. Ich robb dich jetzt eh aus. Genau. Genau. Get the fucking out of here. Oh, good God, no. Oh, I get on for any faster. I'm hiding, I'm hiding. Wenn man nicht hinter den schießt, dann macht der, dann braucht er ewig, gell? Ja. Der stört seine Snacks. Haha. Selbst. Snack. Aber schmack. Da, da. Da, da. Ding, ding. Ding, ding. Ding, 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 ding. Das sieht so witzig aus, die läuft. Das ist so witzig aus. Achtung. Ui! Das hat mich schon wieder beinahe getötet, ey. Wahnsinn. Christ almighty! Christ almighty! Er tanzt. Ahaha. Danke, hier ist mein Gal. Ich hab nix gemacht, Offizzer. Offizzer. Wie ist das aussehen? Cool, gell? Mhm. Oh, wow. Oh, das ist ein gutes Auto. Die haben vorne alles zugemacht. Boah, der eine ist aus dem Hubschrauber gefallen. Warum haben die alles zugemacht? Tja, warum wohl? Da ist einer frech. Frech? Der Hubschrauber ist ganz unten. Oh. Ich hab's schon gesehen mit dem Rotten. Der eine Fußgänger läuft voll schnell. So, Spektakel vorbei. Spektakel. Hallo. Spektakulär. Hallo. Ich steig mit ein. Sehr schön. Ich dachte, du steigst ein. Mach recht. Was? Ist schon wieder ein Stern. Kind. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Da war noch irgendeine Annäherungstwidel, wo einer drüber gefangen hat. So, zwei Sterne. Boah. Sei brav. Sonst zieh dir die Ohren lang. Das war nicht brav. Wie er gemacht hat. Oh. Du weißt, ich kann da nicht widerstehen. Ich auch nicht. Da ist noch einer. Links. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich versuche ihn gerade noch zu erwischen. Alter, der fährt so schnell. Ach, der hat schon Angst. Ohohoho. Ich weiß, ich weiß, dass er nicht mehr ist. Ohohoho. Ich weiß, dass er nicht mehr ist. Wir sind nicht hier unten. Sagt es denen nicht! Ah! Ah! Nein, oh Gott! Nein, oh Gott! Du hast den Künstler-Kernik quetscht. Boah! Der zieht da auf die andere Seite rüber, ey, der Arsch! Hier drüben! Die Jagdsaison ist ja eröffnet. Der... Heheheh. Heheheh. Hahaha! 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 Wah! Ne... ... 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